Halloween ist in Haydee angekommen und wir haben einige Deko-Angebote im ganzen Oktober, die jetzt kommen werden oder die schon gerade da sind. Das werde ich euch heute mitteilen. Die Infos zu den Dekorationen heute hier im gesamten Oktober. Genau, da haben wir zum einen schon die laufenden Angebote. Hier sind Kürbis, die Vögel und diesen Toilettenpapierbaum. Die laufen bis zum 20. Oktober und könnt ihr bis dahin halt kaufen. Dann haben wir die Katze und dieses komische Haus da. Das geht bis zum 16. Oktober. Also holt sie euch noch, solange wie es geht. Denkt natürlich immer an den Creator-Kurzerema B. Kostet euch gar nichts und das ist eine Riesenunterstützung für mich. Dann haben wir noch nach dem 20. Oktober bzw. nach dem 16. Oktober werden hier die Dekorationen ein bisschen geändert. Haben wir Dekorationen, die nicht neu sind, sondern es sind alte Halloween-Dekorationen, die wiederkommen. Und zwar, so alle 3-4 Tage kommen dann neue Angebote in den Shop, deswegen haltet immer Ausschau. Und das alles geht bis zum 31. Oktober, also bis Halloween an sich. Und da ich die Dekorationen und die Daten noch nicht zeigen darf, zeige ich euch einfach hier mal meine Dekorationen, die ich von Halloween alles habe. Damit ihr mal so einen Blick dafür bekommt, was so kommen kann und was kommen, ja, also was halt so möglich ist, was da in den Shop kommt. Dann gehen wir mal hier runter zu den Halloween-Dingern. Fängt an hier beim Grabstein. Der Grabstein ist so eine normale Shop-Dekoration, deswegen, ich sage jetzt nicht genau welche, aber das darf ich nicht. Deswegen zeige ich euch einfach meine Dekorationen, die ich habe, damit ihr so einen Blick dafür bekommt, was so in den Tagen kommen kann. Oder was ihr euch holen könnt. Da wird nämlich ein bisschen was davon dabei sein. Und ja, ist eine ziemlich coole Sache und freut mich natürlich sehr, dass Hayley da so alte Dekorationen wieder hier mit ins Laufen bringt. Außerdem gibt es auch bald wieder einen Halloween-Greg-Kalender, das ist ähnlich wie so der Adventskalender auf Greg seiner Farben, nur in Halloween-Form. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, werde ich mal hier irgendwo verlinken. Könnt ihr euch definitiv mal angucken und, ja, zieht euch das mal rein, was es da so für Belohnungen gab. Das ist ja auf jeden Fall ein wenig besser. Ja, zudem zeige ich euch noch ein bisschen hier meine Farm, weil da sind natürlich auch noch ein paar Dekorationen, die ich nicht mehr im Shop hatte, aber die jetzt auf meiner Farm vorzufinden sind. Eigentlich nur in diesem Bereich hier, wo ich mal ein bisschen näher heranzoome, ohne detailliert was davon zu sagen oder mit Daten zu nennen. Einfach nur so die Info, dass, genau, Dekoration Halloween-mäßig wiederkehrt und, ja, neu in den Shop kommt. Aber alt ist, also nichts Neues, sondern nur alt. Genau, und das geht halt vom, ähm, jetzt, von jetzt bis zum 31. Oktober, deswegen freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf, denkt natürlich dran, wenn ihr den Creator Code benutzt, ähm, weil wenn ihr was kauft, den Creator Code zu benutzen, so rum, unterstützt mich sehr. Und das gerne, Daumen nach oben, da Abo, würde mich sehr freuen, um nichts zu verpassen. Ein altes Video zu jeder Dekoration wäre zu viel gewesen, weil manchmal kommt nur eine Deko oder zwei Dekorationen für drei Tage, das ist ein bisschen komisch, dann ein Video zuzumachen. Deswegen jetzt ein Video für alle Dekorationen, deswegen freut euch drauf. Der Oktober wird sehr dekoreich, sehr Halloween-mäßig und sehr gruselig werden. Ich freue mich auch drauf. Und ja, danke fürs Zusehen, haut rein, ciao.